Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge mit Karte auf den Marsch. Wir haben jetzt aktuell Feld 13 abgeendet von der Hilse. Wir werden gleich die Fahrzeuge zurückfahren zum Hof. Den Platz freimachen für die Ballenpresse. Als erstes, wenn wir den LKW entfahren, aber als erstes, wenn wir den Tresher zusammenklappen. Da ist er, das ist auch richtig. Ich klappe mal die Stänge aus hier. Und dann geht das. Der Name ist schon mal angehängt. Stellen wir mal neben dem Acker hier, rechts gleich. Und den können wir näher zurück haben. Und da haben wir keine. Wir müssen einen Stroh einsammeln. So. Aus die Maus. LKW. Der 100.000, das ist gut. Das müssen wir noch aussehen. Okay. Das müssen wir dann zuerst machen. Wenn wir den auch wegfahren. Das Frau wieder eine Wachstattung bekommt. Jetzt haben wir ein Problemchen. Das wollen wir nicht haben. So. Kurz aussehen. VE noch ein bisschen. So. Hier ist ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich mit Kurskleben machen. Also hier ist kein Kurs mehr geladen. Ich will mal kurz laden. Und zwar. Hat hier irgendwas gespeichert hier. Hier ist das Kurs. Hier ist das Kurs. Oh, Kurs. Ich hatte hier was. Heu, Feld. Irgendwas gemacht. Prüben, ja. Ich habe hier ein Feld mit zwei Namen. Aussaat, Feld, Mais. 12 Meter. Aussaat. 16 Bombenwolle. Abfahr, Abfahr. 12. 25. 19. 20. 21. 21. 22. 23. 24. war schon 1,2 gefahren jo, das passt kriegen wir einen Schuss Wasser die Heißheu hast du nicht geflügt? ach nee macht nichts, nicht tragisch so gut, LKW ich wollte rausgehen und die Eichhalle ändern das habe ich vergessen nächstes mal und Zeit ah nee tüdelig ja heute war Abend ich hatte ein langes Wochenende, was ich mir gesagt aber wenn ihr das hört war heute Dienstag für die Folge dann ist es eh schon vorbei wir müssen mal ganz kurz die Hülse abladen wir müssen Stroh holen der Strom ist im Acker damit wir nachher gleich fliegen können und nach dem Fliegen können wir gleich wieder damit aussehen irgendwas schauen wir mal ich finde schon was wir müssen den Hänger irgendwie abstellen am besten vorne bei den Bäumen ab und es jeder Büsse, Hänger dran. Hohelbild Stroh. Irgendwie noch nicht ganz sauber. Einbrüche. Bei der Aufnahme habe ich das nicht. Ich bin gespannt, wie das Gericht hat. Mal schauen, ob sie jetzt gleich eingestalten müssen. Schauen wir mal. F1, Rundball 1,3. Das passt. Spannkunde nochmal lösen. Und zum Anschalten. Das ist grafisch anders. Wir gucken uns das vor. Und das passt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, klappt du. Wir sind nur bei 2 Metern. Hey, zweite Reihe. Wie gesagt, irgendwas mit der Grafik anders. Ich weiß nicht was. So, das ist immer noch nicht voll. Ein bisschen wir warten. Können wir mal schauen. Nach dem Preis verzahlen sie uns heute. Wir stehen alles gut. Wir fahren alles gut. So, Reis, Stroh. 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 Strohkost. 125. 120. Aktuell sogar 8. Heizkraftwerk. Achso. Ja, gut. Gott sei Dank. Wir kriegen den gebaut hier. Tja. Gehen wir auf 5. Entschuldigkeit. Wir brauchen den mal zurück, solange der andere noch ein bisschen braucht. nicht. Hier passt da. Ups. Karambolage. Gar nicht davon. Sie ist rocken. Die Sturus-Kalastrophe. Noch ein Wuschelkopf. Vor und links. Und verschwommen alles. So hat sich nichts verändert hier. Auf jeden Fall. Ein optisch nicht. Die Fögel-Signal hier vor. Jetzt das Baumwolle. Jetzt ist nicht her. Und dann fällt es nicht her. In die Getreide-Sorte. Aber wir fahren mal zu groß. Tanker noch gut gefüllt. Die Natur ist unbedürftig. Es geht. Haben wir auch schon eine Wehrstadt? Obwohl, kann man länger variieren. Solange der Strohfahrer eh noch bei ist. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Ey, die Dachrin am Arsch. Wer hat die denn so eingebaut? Wer war das? Ja, die Tafel ist genau nicht her. Mal schauen. Das wird gleich hier vorne hinkriegen. Dann tacken wir auch gleich. So. Mal schauen, ob wir hier sind. Ja, reparieren wir gleich. Dann ist es erledigt. Achso, ja. Mal schauen. Das ist hier. Oh je. Wollen wir gerade ausfahren, ne? Okay. Jetzt wollen wir mal sehen. Das Feld 1 wird eine Reihe fahren. Aber wir stellen den immer genau neben den Hänger hier. Die passt schon so. Achso. Ich glaube eh bald. Das ist ja... Ach. Ist warm. Das wird nicht ganz reichen. Aber ihr Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like oder ein Abo. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Dann werden wir füß um den Winkel. Ciao. Bis dann. Das geht auch so.